Ich mache mir immer noch etwas Gedanken über diese Feuerelementare, mein Freund. Eine letzte Bitte, begebt euch zur Spitze des Feuersäulengrats und tötet denjenigen von ihnen, den sie Sturmflamme nennen. Er ist der größte und stärkste der Feuerelementare im Krater. Ich werde viel besser schlafen, wenn er aus dem Weg ist. Auf dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo! Endlich ist Sturmflamme vernichtet. Danke, mein Freund. Er hat mich zur Weißglut gebracht. Schönen Tag auch.